sonnige grüße aus einem kleinen dorf nähe des wien gebirges oder am fuße des wien gebirges und damit spitzige grüße und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja es ist wirklich im moment sehr sehr lausig ich weiß nicht ob das an der sommerpause liegt oder ob das an der memberanzahl liegt ich bin hier im klaren free to play und ihr seht es vor einem tag wird das letzte mal hier was geschrieben also hier ist im moment wirklich wirklich alles sehr lausig ich meine was 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 man unter lausig jetzt verstehen will ich würde sagen ich nehme das einfach mal gerade als screenshot das soll mein thumbnail werden und denn selbst in der clan stadt ich meine es gibt ja diese tollen medaillen ich weiß gar nicht wie viel ich gerade habe man kann das immer so doof nachgucken red medals ja 4300 aber ich habe auch glaube ich hier nur mit dem alex mit gespielt zwei rechts haben wir nur completed zwei stücken oder das ist echt wenig ist echt wenig ich meine ich glaube ich habe einen angriff gemacht oder zwei warte mal und man kann also sehen ob ich habe einen gemacht ne alex ein jahr dabei hätte ich eigentlich fünf machen wollen wegen dem pass schon alleine habe ich aber nicht gemacht und deswegen würde ich sagen wir gucken mal gerade bei den herausforderungen da sieht das nämlich gar nicht mal so hart anders aus so wo sind wir da sind wir und also auch hier war es nicht wirklich viel ich kann hier gerade was abholen war es nicht gerade sehr sehr viel ich glaube hier haben wir immerhin sechs stück abgeschlossen und ich habe auch mit torsten hier habe ich sechs angriffe gemacht ich glaube ich habe auch nur fünf oder vier gemacht ich habe mir sogar noch den bonus angriff geholt und macht den ich weiste ja ich weiß auch nicht was los ist ich weiß auch nicht irgendwie ist doch irgendwo so eine art und art sommerloter aber ich meine clan stadt oder clan das sind nur fünf angriffe eigentlich am wochenende man hat drei tage dafür zeit maximal und ich meine die haste bin drei sechs neun zwölf 15 minuten hast ja eigentlich weg aber man macht sie denn trotzdem nicht und aber es ist noch was anderes lausig denn im moment ist es so dass wir im unteren bereich hatte ich glaube schon mal gesagt unser klank hier echt schwach sind den letzten haben wir klar verloren weil auch einige ihre angriffe gar nicht erst gemacht haben wie der baba mortos hat vergessen hat er immerhin gesagt der nx aha ist vorher schon raus aus dem clan und aber auch also wirklich im unteren bereich ihr seht dass wir haben nicht mal die letzte base geschafft ich kreide den leuten das nicht an aber ein bisschen bisschen muss man mal sehen der zaka hier ich muss mal ich muss mein team mal mal selber gucken ich kenne die ja auch alle nicht level 91 rathaus 10 ok rathaus 10 pecker hat er immerhin auf sechs und ich glaube auch mit pecker angegriffen wir gehen ins replay rein 90 prozent ich meine sind war ehrlich diese base ist wirklich grottenschlecht das rathaus 9 base mit einem rathaus 11 in der mitte und defensive so ein bisschen zwischen 10 und 10 ja irgendwie ist er auf level 10 stehen geblieben hat rathaus gelevelt vielleicht sieht er jetzt ja auch schon ganz anders aus der kollege hier aber nichts desto trotz ist das wirklich eine grottenschlechte base hatte hatte auch clanburg glaube ich und aber ihr seht unten schon die truppenkombination an die die war das gar nicht war das gar nicht hier sondern hier war glaube ich schon ein angriff drauf ich spiele den trotzdem mal grad ab hier glaube wir haben diese base jetzt zweimal probiert ich guck mal gerade da kommen nämlich super lakys raus auch mal eine ganz fiese sache hier dass man dem rathaus 11 ok ist dann aber die überhaupt spenden kann und da sieht er schon was wo die mühe ist ne kein gift zauber dabei um mal truppen zu giften sondern r4 fries zwei wut zwei heil eigentlich gar nicht mal so schlecht gewählt aber immer irgendwie hält das dann bei 90 prozent auf ich meine die walküren latschen da außen rum mag mag ja nicht so schlecht sein und der zack hat halt auch noch nicht so große helden kommt halt vermutlich gerade so vom rathaus 9 bereich hier rein aber letztendlich ist so eine genau so eine base hier so eine lausige base nach so eine lausige base wirklich gut mit hox zu machen einfach zwei golems reinschicken und also über diese flanke hier sage ich mal dann kommt die clanburg auch und dann lässt auf irgendeine ecke gehen deine hoxie in die base rein das reicht da können ruhig ein paar weg fliegen oder ein paar in in den bomben verenden für sonne base reicht das immer oder von mir aus auch mit 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 dem gola lo geht auch auch sehr sehr schöne base für ein gola lo also golems und dann einen schönen lalo part im im back end und auch dafür ist ist diese base ja wie gemacht wie geschaffen denn sie ist wirklich lausig aber ich glaube auf diese base gab es gab es ja schon noch ein angriff ich muss mal eben gucken wer die zähne hier noch angegriffen hat der bungalow das bungalow ist aber ein richtiger elfer und hat auch schon mal richtig worden worden mit dabei aber die zauber die zauber war glaube ich bei bei der bei der bei dem angriff die fand ich eher überflüssig ihr seht das hier ein skelett zauber da weiß ich gar nicht wofür der da sein soll gibt hier nichts zu skeletten und vier von den erdbeben zaubern ich meine das ist da hier sind maximal rathaus level warte mal das mal gucken maximal rathaus level 8 mauern die 99 rathaus level 9 mauern in der base drin der rest ist ultra low das heißt seine pecker sieben pecker die menschen jede mauer im one hit um und da brauche ich gar kein da brauche ich diese zauber nicht diese erdbeben zauber die kann ich mir sparen in so einer base hier muss man wirklich mal so sagen und als elfer diesen nicht zu schaffen hier das finde ich auch eher lausig aber ist wie gesagt ich kreide den leuten das nicht an jeder spielt halt dieses spiel hier anders und auch hier wundere ich mich kein gift zauber dabei leute da kommt doch eine kleinbuch raus die wollen wir doch ein bisschen verlangsamen wenn ich sogar auflösen ich meine das könnte ja das große ziel sein und deswegen weiß weiß ich wirklich manchmal manchmal nicht warum wir wollen die das jetzt schaffen da kommen die beiden super lag ist die menschen alles um die menschen einfach alles um weil erstmal überhaupt keinerlei truppen in der mitte sind die den lag ist überhaupt annähernd gefährden können jetzt kommt er hier rein mit king noch noch mehr pecker und guckt euch das an ja alle magier dort gestorben alle da ist keiner bei übrig geblieben und ich hatte das dann auch gesagt ich halte das mal im video fest also und vor allen dingen da die mauer aufzumachen schwierig wirklich schwierig also im unteren bereich wie gesagt tun wir uns wirklich schwer im oberen bereich oder mittleren bereich ist das eigentlich in ordnung aber letzt letztendlich guckst du dir den ganzen klarkrieg an und muss dann am ende entscheiden jetzt muss ich als 14 machen habe ich auch nicht gemacht ich habe dann trotzdem ich habe dann auch wieder ein 14 er gemacht weil klar hätte man jetzt noch den einen oder anderen stern unten raus holen können aber sind wir mal ehrlich da müssen wir auch in den unteren bereichen erheblich besser werden also hier müssen in jedem fall auch solche bases dann müssen die drei sterne einfach nur blind urzahlen und weil das ist echt das ist wirklich lausig aber nicht wie gesagt nicht ganz so lausig im oberen bereich sieht eigentlich mal ganz gut aus guck mal locken mit 100 prozent mit seiner standard lieblings truppe so hätte ich es mal fast gesagt er presst du hier hätte sicherlich wieder hier drachen rein gepresst von irgendeiner flanke wäre diese base auch ganz gut gegangen aber der areck nimmt diese truppe hier schon sehr sehr häufig und ich glaube ist auch nach wie vor gut gut damit anzugreifen vor allen dingen dann auch mitnehmen mit dem mit der belagerungsmaschine dem nicht felsenwerfer mit dem rollenden dingen ich komme wieder mal nicht drauf wie das teil heißt da gucke ich gleich nach gucke gleich einfach mal nach und aber so kampfholz ne kampfholz kampfholz werfer kampfholz werfer so heißt er glaube ich so kommt man natürlich gut in die mitte rein und schafft dann auch das rathaus mit masse vor allen dingen alle truppen haben wir vor allen dingen schon das kampfholz die belagerungsmaschine überrollt und er ist immer noch dabei weil sie fährt natürlich auch das sollte man wissen bis zu dem letzten standpunkt außer er macht es auf jetzt hat er die maschine glaube ich ausgemacht oder das rathaus war ja noch nicht ganz erreicht damit er die truppen drin hat in der base und auch hier obwohl gift zauber hatte er glaube ich mit dabei auch hier also die gegnerische clan hatte mit masse die super lakaien in der clan burg wenn man sich so ein zwei angriffe anguckt oder drei und sieht die haben immer die lakis drin kannst du davon ausgehen dass sie das durchgehend gemacht haben ist auch durchaus legitim und haben wir ja eigentlich auch so mit masse in den club drin also schöne angriffen wie gesagt im oberen bereich ist das auch immer noch ganz ganz in ordnung bei uns drei sterne zwei sterne wenn wir oben mal drei sterne kassieren das haben wir dieses mal auch getan dann ist das natürlich sehr unglücklich da musste den drei sterner erst mal ausgleichen das hat der haric dann ja gemacht nur wie gesagt unten ging mal die bases dann nicht zu und dann müssen die oberen wirklich immer unten irgendwo dran und ja ich will nicht sagen sie verbasen dann den angriff aber sie haben dann nicht mehr genug angriff ich habe hier mal mal wieder nur ein stellen geholt aber ich glaube hier wollte ich hier noch noch ein zwei sterne der dann ausgebessert wurde noch ich habe keinen angriff vergessen bei mir eine torsene beide gemacht auf die vier und auf die drei in die vier wurde noch mal angegriffen ok da hat es dann noch mal einer probiert etwas besser zu machen alles klappt naja wie gesagt im moment ist alles ein bisschen lausig hier und das loch hier dass das kleine sommerloch hat uns auch ganz gut im griff wir gucken mal was sie beim händler gibt 500.000 für noppes sehr schön sage ich jetzt immer nicht ich rede mir das spiel im moment auch gut ich rede mir das spiel im moment auch gut wir können dem machen hier ich habe gestern gar nicht gespielt glaube ich dann das seien sechs stück sechs medaillen kam da gerade raus wo sie meine sachen zum aufsammeln da hinten ist ein teil und das andere teil hat sich mal wieder irgendwo versteckt oder ich hatte er schon gesammelt manchmal muss ich auch ein bisschen genauer hingucken gibt ja mal zwei sachen die es bauen hier pro tag und die sammeln ich eigentlich nur ein der rest ist so ein bisschen hübsche base dann habe ich das vielleicht doch schon getan obwohl das kann eigentlich gar nicht sein kann eigentlich gar nicht sein naja wir gehen rein kurz mal in einen angriff ich meine ihr musste dass dieses dörfchen ja auch spielen in nicht im pass sondern eben in den challenges also dort war ja auch einmal gefragt dass man so ein bisschen mit den einmal nachtdorf spielt und ich denke mal die challenge war da aber viel viel einfacher als diese basis hier sind denn ich glaube dass nachtdorf dort in der challenge hatte auch kein kein lava launcher etc sondern das war noch ein etwas kleineres doch ich glaube ein meisterhütte acht war das oder so das war kein auf jeden fall kein mix dorf was wir dort hatten haben wir jetzt schon kriegen wir den jahr kriegen wir 50 prozent sind drin perfekt aber ganz easy ich gehe jetzt immer mit denen ich habe ein bisschen umgebaut nehmen die baby drachen jetzt mit da rein heißen die baby drachen hier ein paar drachen war zu drachen dann mal gucken wie die eigentlich heißen nette bombe da muss eben mal schauen wie die denn eigentlich hier noch mal heißen baby drachen dort auch wie wieder heißen und wo wir schon mal hier sind machen wir mal eben unseren pass zumindest für heute zu ende einmal requesten das machen wir nicht wir kaufen uns die war genug marken haben und eben mal ein bisschen hübschen hier in der base und dann springe ich gleich auch mal auf die anderen accounts hier hat sich einer versteckt da oben hier muss ich wieder meine sneakers boosten sonst kann ich sie nicht nachmachen und immer rein in den angriff hier machen wir einfach mal eine folge sowie eigentlich jeden tag spiele oder so ziemlich jeden tag spiele außer es ist so waren wir jetzt es ist auch wirklich wirklich warm ich weiß nicht wie es bei euch aussieht ob es gestern ein bisschen geregnet hat also hier war das war ein bisschen angekündigt aber es ist richtig klassisch mal wieder schön vorbeigezogen im moment sieht es ja wirklich so wie auf dem bild hier mit dem anker alles richtig trocken aus und aber der fluss im hintergrund hat wenigstens noch ein bisschen ein bisschen wasser bei manchen flüssen auch hier bei unserem heimischen oder ist hier mal mitnehmen unten 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 als eine kaserne kaserne jobs sehr schön trägt auch schon nicht mehr so viel so viel wasser das muss ich gucken jetzt schießt na der 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 immer einen von den zücken hier war wieder ein bisschen zu spät ich weiß auch nie wann ich die wirklich mal setzen soll die die headhunter ok so wo geht meine klinien jetzt eigentlich hin mal gucken oder geht sie noch ein bisschen weiter die geht schon richtung rathaus sehr schön dann können wir hier glaube ich schon mal ich dass sie gleich noch mal wieder raus geht das wäre ein bisschen doof aber die muss ich in gut bringen und ich muss mal eben 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 mal das weg kosten da ja jetzt ist es schon gezündet okay dann nehmen wir hier mal den könig mal gucken ob wir hier noch ein bisschen ein bisschen weiter rein matchen können und hier nehmen wir mal den pecker mit hinterher und von dieser flanke hier geht es jetzt rein beiden headhunter nämlich mal mit so kriegen hat uns jetzt leider verlassen alles klar können wir jetzt hier ein bisschen ps machen wo ist der kinder eigentlich alter der king ist am mitten in der mitte auch nicht schlecht jetzt muss ich mal gucken hier einmal gegnerische queen so ein bisschen angefrostet sie da sieht aber noch ganz gut aus hier müssen wir den den mal eben kosten sonst haben wir da ein problem mit dem scatter shot aber das sieht noch ganz gut aus den kümmern mit dazu nehmen und mal sehen ob wenigstens 1 und auch nein der adler ballert die ganze zeit mit den habe ich jetzt echt spät geschafft oder sagen wir mal so ich habe ihn gar nicht geschafft auch den adler nicht gepackt okay aber trotzdem ganz gut lud mitgenommen das war ja sinn und zweck der sache okay jetzt wird der adler auch wieder hoch hoch repariert macht aber nichts meine truppen sind trotzdem hinten noch ein bisschen aktiv noch so ein paar meiner der uhr ist noch am start und das war es jetzt aber auch okay aber eine ganze nette nette menge lot mitgenommen und ein paar medaillen ich muss mal gerade gucken wo ich denn hier eigentlich stehe 4000 was habe ich jetzt gab 4.012 okay da da bleiben wir hier noch doch wir sind schon ganz schön hoch mal sehen vielleicht gehen wir mal so ein bisschen richtung titan oder so kann ja mal nicht schaden auf jeden fall war der angriff jetzt nicht ganz so lausig so heißt die folge ja nun und ja ich wollte in euch im jeden fall zeigen dass wir noch aktiv sind hier bei clash of clans im clan free to play wirklich ein bisschen inaktiver und hier da müssen wir was für für unten tun ich gucke mal gerade ob wir hier überhaupt einen klankrieg starten können können wir sind zehn ok mortos areck best so torsten in booster avatar lord areck king of devil als elfer zack als zähne kassios auch noch als 14 ok schwierig schwierig aber warum warum sind denn hier so viele eigentlich mal wieder rot was ist denn hier los aber wollt ihr keine klarkriege spielen oder was kann man 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 letzte aktivität muss ich gar nicht machen letzter spender letzter spender heisenberg playing recently ok schon länger nicht gesehen play recently was machen die machen doch eigentlich alle helden die können mir doch nicht erzählen dass sie alle helden machen nach dem motto ich glaube alle helden hoch und deswegen spiele ich keine klarkriege ich sehe 12 helden große dritte er hat noch gar keinen dritten hat ein worten hat er noch nicht okay hat noch keinen worten alles klar ja dann ist er auch glaube ich gerade auf rathaus level 11 gegangen kann ich mir vorstellen okay hier ist auch alles man kann das ja so ein bisschen verfolgen ja warte mal hat der die da also er muss ja mal da gewesen sein ja hat da manchmal guckt man manchmal guckt man manchmal gucke ich mal so ein bisschen rein ob die leute ads geboostet okay der ist gerade auf 10 grad auf 11 hochgegangen ich glaube der ist gerade auf 11 hoch auf 10 hochgegangen und hatte die pixel szenerie ok ich bin die auch mal ich habe hier noch gar nicht probiert habe ich die noch gar nicht doch da ist die pixel szenerie oh mein gott halter weiter okay ich bin ich bin recht erfreut über die pixel szenerie aber nein das kann ich mir nicht antun das machen meine augen gerade nicht mit das machen meine augen echt nicht mit okay die ist wesentlich schicker ja alles klar hat ja ihr habt wieder ein bisschen was von mir gehört und gesehen und ich wünsche euch noch eine weitere frische woche wir werden uns in jedem fall hier bei clash of clans wiedersehen bis dahin danke für die aufmerksamkeit euer lausiger toto clasht und